Hallo ihr Lieben, euer Gehölz ist ihr hier und herzlich Willkommen zurück zu Spyro Orange, The Cortex Conspiracy aka Spyrofusion. Jetzt habe ich es mal andersrum gesagt. Ja, wir kommen jetzt zum Bosskampf und danach geht es in den Fumperdschungel. Letzt Mal waren wir richtig erfolgreich, haben tatsächlich die dritte Welt zu 100% gelöst als Schwierigkeitsstufen, waren fast nur Shooterlevel und die A drücken und ihr wisst, habe ich die Queen. Von daher, schauen wir mal, wie jetzt der Boss ist. Ist es Nina? Ist es auch Nina? Wie ein Crash-Purple? Okay. Spyro-Hilfe! Hol uns der raus! Hundi! Hundi! What? Gott! Was ist das? Ich darf keinen Double-Jump machen. Warum schreit Nina so? Heilige Scheiße, das verstöhnt. Achso, die muss die Kisten wahrscheinlich umrennen. Ich habe keine Ahnung, wie der Bosskampf geht. Hä? Boah, ey, hätte ich das als kleines Girl gespielt, hätte ich jetzt so Schiss bekommen. Ernsthaft jetzt. Warum schreit die so? Hilfe. Ich will das nicht mehr spielen. Ich bin tot. Was muss ich tun? Oh, ich verstehe das nicht. Oh, nee. Also hier muss die Kisten wegrennen. Coco und der Professor, die waren jetzt schon befreit. Aber was muss ich dann tun? Ernsthaft, was muss ich dann tun? Das Spiel ist so kryptisch. Ernsthaft? Was muss ich dann tun? Und die läuft doch nicht gegen die Kisten hin, wenn du nicht im letzten Moment über sie rüberspringst. Ist das Kacki? Hey, lol. Oh mein Gott, wie habe ich das eben so gut geschafft? Eben habe ich das richtig souverän geschafft. Schaffe ich das überhaupt nicht mehr? Los, Nina. Du willst doch. Jetzt sind beide Kisten weg. Jetzt kann ich die Kaminen anheizen. Dann gehen die Stacheln da hoch. Ja, und dann? Was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn die Stacheln hochgehen? Ernsthaft. Ach, dann kann ich da wahrscheinlich hochspringen. Oh, das ist sehr interessant. Du hast es geschafft. Das war der Bosskampf. Oh Gott, dieses Spiel. Leute, schau mal vor, das Spiel hat damals 60 Euro gekostet. 2004 erschienen. Oh mein Gott, Mami, kann ich das neue Spyro-Spiel haben? Ich will das unbedingt haben. Ich liebe Spyro. Natürlich, mein Mädchen, du kriegst das neue Spyro-Spiel. Zack, Spyro-Fusion auf Kasse, 60 Euro. Und dann bekommst du das hier. Oh, was? Die armen Menschen, die das damals zu Weihnachten oder so bekommen haben. Ich tue mir echt leid. Warum spielst du nicht mit mir, Lila-Hundi? Ach so, die sieht Spyro als Hund. Das ist auch mein Blick zum Spiel und zu Ninas Reaktion. Echt? Wie Spyro guckt und Crash wäre so. Crash, lock Nina hier weg, während ich den Professor und Coco in Sicherheit bringe. Stimmt, und hatte Crash wahrscheinlich seinen Bosskampf. Der muss selber von Nina abhauen mit dem Panda-Bär-Polar und das war's. Crash-Bosskampf gegen Nina war auch unspektakulär. Unsere Arbeit ist ruiniert. Was sollen wir jetzt tun? Jetzt hängt alles von euch beiden ab. Ihr müsst Rypto und Cortex auf ihren eigenen Gewicht schlagen. Mit einem Überraschungselement können wir vielleicht einen kleinen Vorteil erringen. Und Crash, kannst du Rypto übernehmen? Oh Gott. Wir müssen jetzt Cortex vernichten und... Ja. Crash zerstört Rypto. Wie wir es auch schon gemacht haben. Crash-Banny-Kotope. Pass auf die Laborassistenten auf. Die sich in den Büschen verstecken. Die werfen mit explosiven Kokosnüssen. Das ist ein I-Stack an Spyro 2. Diese Welt, wo meine Füße ist, wo Hänsel und Kräle sind. Da gab's ja so eine Mission. Wo man Jäger beschützen muss. Feueraffen, die mit Kokosnüssen werfen. Die werfen mit Kokosnüssen nach mir, Spyro. Das tut weh. Das war wirklich so dämlich synchronisiert, Leute. Lacht nicht. Ja, und sagt bitte nicht. Hey, warum synchronisierst du? Sei so blöd. Siehst du hier? Weil er selber so blöd synchronisiert vor dem Deutschen von Entwicklern. Von Insomnia Games. Riptogs und Raketen. Das ist halt so dämlich synchronisiert, dass das schon wieder liebenswert ist, finde ich. Riptogs und Raketen. Nein! Ich will sterben. Ich will nicht mehr leben. Und ich hasse alles. Ich hasse meinen Job als YouTuber und ich hasse die Welt. Ich hasse alles jetzt. Nee, also das... Nee. Also dieses Auto, das fand ich schon immer schrecklich. Die Schusssteuerung ist super unpräzise, verzögert. Und die Levels sind super lang und auch richtig unfair. Zumindest in Schwierigkeitsschufe 2 und 3 war das richtig unfair. Das war schon wieder ein Leap of Faith. Das war schon wieder so ein blöder Blind Jump. Ich hasse alles. Warum kommt das so oft vor in dem Spiel? Was sind das für komische Ranken? Seriously, das ist schon wieder so schrecklich. Ich finde den ersten Level hier jetzt schon schwer. Aber irgendwie passt das. Wir sind jetzt im Dschungel mit so einem Safari-Jeep. Gut, die Raketen passen jetzt nicht, aber von der Atmosphäre her passt das. Im Schloss von Spyro zum Beispiel hat der Jeep überhaupt nicht gepasst. Das war ja das erste Minispiel, das wir jemals gemacht haben in dem Let's Play. Und jetzt in der letzten regulären Welt. Da kommt es erst wieder. Weil die letzte Welt schreibst du nur frei, also im Tech-Park, wenn du wirklich alles geschafft hast. Alle Schwierigkeitsspuren. Was wir auch tun. Es ist aber keine Level N. Also das schneide ich euch auf jeden Fall, wenn ich hier verkacke will. Wow. Oh Gott. Oh Gott. Ach so. Oh, das ist aber süß. Das ist ja die Pflanze aus Crash Bandicoot. Das ist der zu auftauchen für die echten Kuhl. Weil wir sind im Dschungel von Crash Bandicoot. Wir sind jetzt zwar auch Rhinox, was halt fast, weil es Crash Bandicoot Fusion ist, aber die Pflanzen gehören in den Crash Bandicoot-Dschungel rein. Finde ich cool. Das gefällt mir wieder. Das gefällt mir. Juhu, Blind Jump. Macht Spaß. Ich schieße einfach dauerfrei, aber ich hoffe einfach irgendwas schon zu treffen, wie den Typen zum Beispiel. Da kann ich mich immer noch positionieren. Bislang geht das aber. Sagte sie und ich springe fast in den Rhino, der mich darauf getötet hatte. Dann fahre ich sofort in den Abgrund, glaube ich. Na, okay. Ach so, wenn ich nur ganz leicht auf die Taste drücke, dann mache ich immer den schwachen Schuss. Das ist ja interessant. Wenn er gedrückt hat, macht er immer einen weiten Schuss. Ich dachte, das hat etwas damit zu tun, von wegen, ja, ich drücke jetzt voll weit nach rechts, voll weit nach links, ne. Müssen wir tappen. Okay, Flash. Durch diese Erkennung habe ich jetzt weniger Probleme mit dem Level. Hey, das war leichter als der erste Level. Not going live. Jetzt bin ich mal gespannt, was der letzte zu bieten hat. Richtigste Schwierigkeitsrat. Oh nein. Nie in dem Dschungel. Genau. That makes sense. Not really. Gott, war das knapp. Noch irgendwie schwere Sprünge, bitte. Ist mir nicht schwer genug. Oh Gott. Nein. Autschi. Na, Gott. Lieber so getroffen, als in Abgrund fallen, soll ich immer. Blind Jump. Cool. Cool. Nicht cool. Nicht cool. Oh nee. Der Level geht noch verdammt lang, richtig? Ja. Ich bin jetzt schon fast tot. Okay, jetzt darf ich in keine Minie mehr fallen, in keinen Rhinog mehr fallen. Oh Gott, Mädchen. Wenn du das hinkusst. Also hier ist der Schwierigkeitsgrad echt Dark Souls Niveau. Also wirklich, an jeder Ecke ist irgendein Hindernis oder starker Gegner. Finde ich nicht witzig. Ich finde das echt nicht witzig. Ich habe jetzt gesehen, wie immer die Minen wieder ganz am Ende sind, sodass du dann sofort in den Abgrund fällst. Find ich gar nicht geil. Ich sollte einfach die ganze Zeit schießen, sodass ich dann eventuell schon was treffe. Sofern noch. Na toll. Ich konnte zum Glück rüberspringen. Das war gut. Aber der Level ist schwer. Auf Stufe 3 halt. Auf Stufe 1 und 2 war es easy. Aber jetzt wieder mit den Minen. Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Jetzt habe ich die Minen schon zerstört. Jetzt habe ich die Brandenpflanze schon zerstört und die Mine. Oh mein Gott. In den letzten Sekunden. Und ich schaffe den Sprung. Schaffe ich es. Schaffe dieses Skrull. Beim Zeugenversuch diesen schweren Level zu besiegen. Die Level besiegen habe ich auch noch nie so gesagt. Das war glaube ich. Kann man so sagen. Schaffe ich es. Beim englischen sagst du ja Beat the Level. Schaffe ich es. Es sieht so gut aus. Wie lange geht das noch? Ich fähre nicht mehr am Ammi. Geil. Ich habe es geschafft. 2 pros 1. Juhu. Fuh. Okay, das Auto. Mittlerweile komme ich da ganz gut mit klar. I guess. Was? Ich weiß, nur ein Fail. Bei 31 will ich gut stumpfen. Das ist voll in Ordnung. Was ist mit ihm nicht richtig? Wow. Todescombo Deluxe. Kann man den nicht töten oder was? Den kannst du nicht töten. Okay. Gut, jetzt weiß ich es. Suchst du was Besonderes, Spyro? Wenn du was Besonderes hast. Bodenspieß. Bodenspieß. Der Bodenspieß ist was Besonderes. Aber jetzt ist es mit Zweifeln. Sag mal, ist der Level so linear oder bin ich einfach blöd? Und übersehe ich ja alles. Ich will es auf jeden Fall Minispiel, aber bevor wir da reingehen. Okay, wir müssen erst mal hier gucken. Nein! Oh, nie. Ich bin gleich zu hart. Schon wieder. Schon wieder tot. Die Pflanze kann man gar nicht töten. Aber wenn du eine Frau bist, dann beißt du zu. Wenn du versuchst, aus dem Sprung und Feuerangriff zu wollen, stirbst. Oh, Luca, du geht sehr aus. Da. Nur so geht's. Du kriegst aber trotzdem die Hit. Oh Gott. Hör auf. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Ja, Heilung. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Nee, oder? Wow. Der Dschungel von Crash Bandicoot ist ein bisschen kackig geworden. Deswegen gefällt mir der überhaupt nicht. In Spiral Orange. Weil der hat so eine richtig schöne nächtliche Atmosphäre. Hier sieht es eher so aus wie so ein Safari-Level. Weiß nicht. Hier ist halt alles Tag bei Spiral Orange. Was ja an sich nicht schlecht ist. Okay. Ich weiß offiziell nicht, wie man da hinkommt. Zwieser Piranha-Pflanze. Oh Mann, ich will das mal schaffen. Da ist ein Secret. Das ist so gut bewacht. Da ist es auf jeden Fall irgendwas. Da werden wir jetzt hingehen. Ich weiß nicht, wie man die besiegen soll. Seriously. Hier wirst du immer getroffen. Und die andere trifft dich und bockt sich sofort wieder runter. Angreifen lassen und dann punishen. Jetzt weiß ich es. Jetzt weiß ich es, Leute. Jetzt hat sie keine Chance mehr. Die kommt jetzt hier, ne? So wird es gemacht. Da müssen wir aber erst mal drauf kommen. Aber es ist hier. Das ist doch voll offensichtlich. Irgendwie nicht, Leute. Na, kommt noch eine Piranha-Pflanze. Nee, Crash. Was wird denn, Jeroen? Los, wir aktivieren diese letzten Tore und zeigen es den Bösewichten mal so richtig. Wow. Dafür habe ich das alles gemacht. Für 25 Edelsteine, Leute. Kein Secret, keine versteckte Karte, nichts. Wie gesagt, Crash Bandicoot Purple hatte einfach nur so auf Oberwild Karten versteckt. Spyro Orange auch nicht. Also Crash Bandicoot Purple, auch wenn es kein Meisterwerk ist, hat mehr Richter gemacht als dieses Spiel. Baumwipfel. Oh Gott. Leute, das ist ein Spiel und Treetops. Der schwerste Spyro-Level aller Zeiten. Oh nein, Leute. Das war der Level. Dieser Level hat irgendwo eine Sackgasse, wo du inzelt stirbst. Du fliegst da rein und bist sofort tot. Der Level ist arschig. Der war es. Natürlich ist es Treetops. Klar. Wenn man schon einen schweren Level programmiert, der unfair und assiert, muss man ihn natürlich Treetops nennen. Wie Spyro-Eins. Nervig, so ein schwerste, kryptischste Level aller Zeiten. Ich hasse ihn. Treetops, Pyro, the Dragon. Das will nicht witzig. Da. Achtet auf die Mitte. Sackgasse. Tod. Da war es. Sprich. Bei den Leveln nie mittig halten. Oh Gott. Im ersten leichtsten Abschnitt gibt es schon die Typen von Cortex mit Laser. Und das ist, obwohl es jetzt Treetops heißt, ist es so ein Ruinen-Level. Typisches Crash Bandicoot-Ruinen-Level. Das ist eigentlich ganz witzig. Weil diese Farbe der Mauern erinnert an den Ruinen-Level aus dem Verspendencode. Was ich dann wieder cool finde. Boah, wie lang geht der Level? Hilfe! Okay. Girl beschwert sich. Girl kriegt ihr... Ihren Wunsch erfüllt. Ja. Ja, Baumwiffeln. Achso. Treetops Flight. Neuerdings war es das wohl immer am Anfang so. So von rechts nach links war es. Von links nach rechts. So, und hier nie mittig halten. Ihr habt gesehen, was da für eine Asozialität auf uns wartet. Eine Sackgasse. Ey, es ist so dumm. Echt, das ist nicht gut gemacht. Schau dir mal vor. Ja, das sind doch Gegner. Da geht es bestimmt weiter. Sackgasse tot. Und kurz vor Ende. Das, was du alles nochmal neu spielen willst. So dumm. Seriously. Die Entwickler sind noch mehr statistisch als ich. Da. Achtet auf die Mitte. Unglaublich. Wirklich unglaublich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann es nicht glauben. Aber wenn man das weiß, ist der Level eigentlich relativ einfach. Wenn du mit diesen... Okay. Ich wollte gerade sagen, mit diesen Flugleveln habe ich eher nichts zu Problemen und dann habe ich auf einmal Probleme. Irgendwie ist der Part scheiße. Weil wir es schaffen irgendwie für nichts. Letzte Woche haben wir die komplette Lava-Welt abgeschlossen. Die komplette Lava-Welt. Haben wir abgeschlossen. Und in diesem Part schaffe ich für nichts. Ich sterbe draußen auch an der gleichen Stelle. Oh nee. Oh nee. Wenn ich jetzt nochmal verkacke, schneide ich euch das. Weil irgendwann muss es ja auch weitergehen. Zumal wir diesen Level nochmal machen müssen. Aua, ich bin gleich schon tot. Wir sind gleich nochmal auf höchste Schwierigkeitsfahrt. Ich bin wenigstens so froh, dass du, wenn du ein Level erwischt wirst und den Level trotzdem schaffst, wieder volle Energie hast. Ich stelle mir vor, aber es wäre nicht so. Wäre dem Spiel zuzutrauen gewesen, ja. Nee, ich habe keine Lust zu schneiden. Ihr müsst jetzt genauso leiden wie ich. Echt. Nee, echt. Neh, mich jetzt mal mit. Boah, nee, nevermind. Der Level ist knallhart. Gnadenlos knallhart. Ich hoffe, das ist der letzte Level dieser Art. Wovon freue mich eigentlich nachts. Es gibt nochmal eine komplette Welt. Und wir haben auch erst die Hälfte von... Nee, wir haben nicht mal die Hälfte von der Funko-Insel geschafft. Bedeutet, es gibt schon noch mindestens zwei Schussleber. Mindestens. Oh, ich hasse die hier. Ich muss mich, glaube ich, auch mehr konzentrieren, wenn ich die ganze Zeit labere. Denn, ähm, reagiert es so spät. Und wenn du halt von links nach rechts musst, ist es halt ein bisschen tricky. Ist hier der richtige Weg? Ich hab Angst, für mich den richtigen Weg zu finden. Ich hasse es. Hier muss man... Wie, darüber... Echt, das ist so schrecklich. Jemand ist von rechts nach links. Oh Gott, Leute. Ich bin schon wieder fast gestorben. Ich glaub's nicht. Wie viele böse Stellen es dir gibt. Und ich glaub, die haben das Layout jetzt auch irgendwie noch schwerer gemacht als eben. Seriously! Mach, dass es aufhört! Danke! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Die ganze Zeit für rechts und links eine enge Passage nach dem nächsten. Und jetzt ist das Ganze auf ultra, ultra, ultra schwer. Oh nein! Und eben hab ich schon so gelitten. Okay. Ich wurde erwischt, weil ich nicht schnell genug gemascht hab. Denn mir hat es gemascht. Gemascht wie noch nie zuvor. Habt ihr das Feuerfeuer schon mal gesehen? Nee, ich auch nicht. Ist nicht in der Mitte. Jetzt kommt glaub ich diese arzige Scheiße. Mit der Sackgasse. Ja. Puh! Und da haben die Entwickler extra noch tausend Gegner hingepackt. So, vorwegen. Oh! Girl, hier sind Gegner. Da musst du wahrscheinlich hin. Ja, von wegen. Muss nirgends hin. Jetzt wieder von rechts an links. Genau. Von rechts an links. Ich darf halt nur noch einmal erwischt werden. Komm schon, Girl. Du schaffst das. Ein bisschen kommt, glaub ich, noch hier ein Engpass. Ich glaub, gleich kommt noch ein Engpass. Genau. Ich glaub, wir sind schon ziemlich weit. Ich spüre das Ziel, Leute. Ich spüre es. Ja, First Try. Weißt, auf Mittel brauch ich 100 Versuche und auf Schwer First Try. Unglaublich. Ich bin ein lebendiges Mysterium. Wait, das ist die gleiche Stelle? Das ist die gleiche Stelle, Leute. Ich bin wieder nach links gelaufen, die dumme Kuh. Warum ist der Level auch so linear? Ja. Und direkt das nächste Spiel. Klein Holz. Oh, das ist cool. Das schafft man locker. Hey, dann kann ich doch zufrieden sein mit dem Part, weil da wird doch was erreicht. Komm, geh da drauf. Ja. Du Honk. Klein Holz. So richtig dschungelmäßig sind die Level gar nicht aus. Ich hoffe, wir kommen noch tiefer in den Dschungel, wenn wir in Abständen immer zwei sind. Echt. Das ist ein bisschen zu wenig, finde ich, mit Dschungel. Tschüss. Boah, ich nehme die Spiele richtig gut. Aber das macht auch Spaß. Das kann ich mir richtig lustig vorstellen, wenn wir das zu zweit spielen. Das ist zwar so ein Fortnite-Abklatsch, aber hey. Fortnite hat hiervon abgeguckt, Leute. Jetzt wisst ihr es. Von Spyro Orange. Diesen mega krassem Meisterwerk. Alles zerstören. Komm, reparier das mal. Girl. Reparier das mal. Ja. Oh Gott. Das war ein langer Fight. Auf einem Ende haben wir gesiegt. Juhu. Okay. Oh Gott. Hebt die Felsen. Das war schon drei Sekunden. Oh Gott. Okay. Tatsächlich, jetzt geht es in den dunklen Abstand. Das war ja meine Kritik. Der Dunkel ist ein Chris-Bennig-Cupappe viel cooler aus. Es wird dunkler, atmosphärischer. Here we go. Das ist einfach. Dunkle und atmosphärisch. Genau wie ich es wollte. Dass wir die nicht töten können. Oder ich weiß einfach nicht, wie... Wie viel zu denen töten. Ui. Ui. Oh. Eight and nine. Wuhu. Bin ich froh, dich zu sehen. Spyro. Ich halte diese Rip Dogs zwei in Schach. Aber sie geben einfach nicht auf. Pass auf dich auf. Special Challenge. Irgendwie will ich die Special Challenge. Ich warte, die machen wir jetzt noch. Und zum nächsten wenig Spiel möchte ich auch noch kommen. Edelstein-Rennen. Here we go. Okay. Die Piranha-Pflanzen sind gar nicht so aggressiv, wie man es von denen gewohnt ist. Soll mir recht sein. Oh Gott. Hier habe ich voll viel Zeit verbraten. Nicht gut. Ähm. Bitte was? Ach so. Okay. Kann es sein, dass hier ein Edelstein fährt? Kann das sein, dass hier ein Edelstein fährt? Ich glaube, das ist aber machbar, wenn man ein bisschen geduldiger ist. Ich werde zu bom, wie du euch fährst. Es liegt aber daran, dass ich Let's Player. Richtig, Let's Player bin ich übrigens bedäulich. Auch wenn ich mir was nicht glaube. Beim Let's Player hast du heute Druck. Du musst das erreichen, du willst was schaffen, du willst dich gut anstellen. Was heißt, da gehe ich jetzt runter? Ich glaube, wir haben es. Was waren die zwei Edelstein hier eben im Faden? Hey, das ist voll easy. Wenn man weiß, wie es geht. Dafür bekommen wir 100. Einfach verdoppelt. Cool. Stirb. Stirb. Oh Gott. Was für nervige Gegner. Oh Gott, die Fleischpresserpflanzen sind überall. Gut, das ist auch der Dunkel von Crash Bandicoot. Die sind halt hier überall. Ok, dok. Rip Talk X beim nächsten Mal. So, falls es euch gefallen hat, falls es nicht, könnt ihr das Video gerne verholen. Ich freue mich, dass du mich nicht einfach so im Stich gelassen hast und das Video bis zum Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Und wenn du immer noch nicht genug von mir kriegen kannst, dann befindet sich hier oben die Playlist zur Videoreihe. Darunter befindet sich eine persönliche Empfehlung für dich. Und hier kannst du abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Außerdem kannst du natürlich mir auch noch auf den Social Media folgen. Bei Instagram, bei Twitter, bei Discord und bei Facebook und auch bei Twitch. Alle Links in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal. Viel Spaß.